moin und herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal und heute habe ich für euch die wunderschöne klasek dumm bumm f2 salut batterie wir haben hier 16 schuss ja das ganze wie gesagt von klasek in f2 wir haben hier 20 millimeter kaliber wir haben hier eine 2019er charge richtig richtig schön ja ich würde sagen wir schnacken nicht viel drum rum und mal gucken was das den drauf hat dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel spaß leute so dumm bumm f2 salut batterie richtig brutal